Hallo Leute, ich bin jetzt nochmal, euer Niklas. Willkommen zu einem neuen Video. Von euch, einer wollte ja wissen, was ich von Corona halte. Also ich finde generell das Coronavirus sehr schlimm. Also es ist einfach gefährlich für Menschen, die schon Vorgang haben. Also mir macht Corona sehr viel Angst, weil ich habe immer Angst, wenn ich irgendwo in der Großstadt hingehen würde oder sonst wohin, könnte ich mich mit dem Coronavirus halt infizieren. Und das möchte ich halt so gut wie es geht vermeiden. Vor allem an die Angehörigen, die das haben, wünsche ich eine gute Besserung. Und man sollte an jedes Opfer, wo halt an Covid-19 gestorben ist, gedenken. Ja, weil kein Mensch hat verdient, an diesem Virus zu sterben. Und ich bitte euch, haltet euch an die Corona-Regeln, haltet Abstand. Haltet euch an die Maskenpflicht und bleibt alle gesund. Das will ich für euch. Ja, weil mit Corona ist echt nicht zu spaßen. Weil das Coronavirus ist wirklich sehr gefährlich. Und Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr aggressiv. Und Ja, vor allem die Menschen, die die pro Tag sterben, das ist einfach friedlich, das ist einfach schrecklich. Und Gemeinsam schaffen wir das, das Coronavirus zu besiegen, indem wir uns an diese Corona-Regeln halten. Und Abstand halten. Und uns an die Maskenpflicht halten. Ich finde Corona eigentlich voll doof, aber Ja, man kann leider nicht nichts dagegen tun. Wir müssen Einfach damit jetzt in dieser Zeit klarkommen. Und wir hoffen ja auch alle, dass es bald eine Medizin gibt. Also Also ein Impfstopf gegen Corona. Und Ja Also Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil Eigentlich habe ich das Coronavirus ja komplett beschrieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren. Drückt auf die Glocke. Dass ihr kein Video von mir verpasst. Euer Niklas. Peace.